Ich frage mal kurz in die Runde, aber kennt jemand das Spiel Sieve der Dieb? Oh! Einer, zwei, drei, okay, na gut, wie ich erwartet habe, die Mehrheit auf jeden Fall nicht. Der Titel sagt es schon, es war in den 90ern eines der ersten Spiele, wo man ein Dieb spielt, das heißt hauptsächlich klauen muss. Nicht töten, auch jetzt keine super komplizierten Puzzles lösen, sondern die Idee war, Häuser auszukundschaften, zu gucken, wer läuft wo lang, finde ich einen Eingang rein, dann im Haus gucken, wer läuft wo lang, kann man die Fackeln auslöschen und sich dann vom Schatten zu Schatten über verschiedene Bodenbelege, die auch unterschiedlich laut sind, sozusagen in die Schatzkammer schleichen und dann irgendwann, was auch immer da drin ist, das war ja meist doch irgendwie irrelevant, klauen. Und das Spiel hatte bei mir auf jeden Fall einen riesen Bonus, das hängt davon ab, wo ich eigentlich herkomme. Ich bin nämlich aus Lübeck ursprünglich und Lübeck, für die, die es nicht wissen, ist trotz Nazi-Bombardement, das ist über Hamburg, aber trotz Nazi-Bombardement noch zu 60 Prozent gotische Ziegelarchitektur, also so eine Stadt von Wasser umgeben auf dem Hügel und es sieht einfach aus wie Mittelalter in bestimmten Feldern und es ist eine Stadt, wo man auch als Kind immer so rumläuft und sich diese Einfassung anschaut und die Stufengiebel und überall denkt so, wie kann man da auf den Dächern rumklettern, es ist ein bisschen, würde man sagen, wie Venedig, die die Assassin's Creed gespielt haben, wissen, da gibt es ja überall Möglichkeiten irgendwie hochzukommen, ist jetzt weniger prunkvoll, aber diese Idee, dass man so ein Gebäude hat, wo man hoch und runter gehen kann, das fand ich auf jeden Fall immer ziemlich spannend und dann irgendwann las ich in der Computerzeitung so mit 14, dass da soll es irgendwie ein Spiel geben, das spielt in der Situation und es gibt irgendwie auch die Möglichkeit, sich zu verstecken und ich dachte so, also ich war immediately verliebt, dachte ich so, super, dann habe ich irgendwie anderthalb Jahre gewartet, verschoben, verschoben, verschoben und irgendwann kam es dann, Grafik war schon längst veraltet, aber es war trotzdem super, wie kann man es am besten beschreiben? Das Schöne war, es ist ein, obwohl es quasi, wie sagt man, First Person war, also man geht in eine Architektur rein, man muss sich so orientieren, gab es halt so zwei, drei Twists, zum einen war man unglaublich schwach, das heißt irgendeine Konfrontation konnte man nicht, also konnte man meist nicht überleben, insofern ein perfektes Spiel für Leute, die Konfrontation gerne vermeiden und dazu, um quasi, man musste auch, wie soll man das beschreiben, man musste auch einfach immer endlos warten, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich erkläre euch dieses merkwürdige Prinzip, irgendwann ist man in dem Haus drin und denkt man so, jetzt, im Herz des Bösen, endlich kann ich weitermachen, es eröffnet sich sozusagen ein ganzer Raum und das erste, was du machst, ist erstmal fünf Minuten im Schatten stehen, um zu schauen, wer kommt denn da vorbei, wer ist im zweiten Stock, höre ich den, wie viele Türen gibt es da, also kommst erst rein, denkst du so, yeah, und dann wartest du erstmal fünf Minuten und machst gar nichts. Klingt total komisch, aber was so viel Spaß gemacht hat, war, dass es gab so ein sehr, wie sagen wir, ein modulares Lichtsystem, also Schatten, es gab nicht einfach Licht und Schatten, sondern fünf verschiedene Abstufungen und je nachdem war es auch immer, also man konnte unterschiedlich gut gesehen werden und also die Wachen mussten einen quasi entdecken und man konnte sich in dem Schatten verstecken, die haben einen aber auch gehört, je nachdem, wo man längst lief. Das heißt, das Spiel lief eigentlich wesentlich nicht nur so stark über Augen, sondern auch über Ohren und man konnte die Leute auch von vornherein hören, das war auch eines der ersten Spiele, wo man sich um die Ecke lehnen konnte und das Coole war, dass der Audio-Stream quasi mit der Kopfbewegung mitgegangen ist, das heißt, wenn du dich nach vorne gebeugt hast, konntest du auch besser in diesen dunklen Gang reinhören und klingt, also es ist total verfrickelt, aber das macht echt Spaß und das Schönste war dann, man musste ja meistens im Dunkeln spielen und es war manchmal sogar so, dass man ein Spieler dann halt so im Komplettdunklen war und dann saß ich halt vor dem schwarzen Bildschirm, was dann erstmal dazu geführt hat, wenn man Lust hat zu spielen, okay, ja, gute Uhrzeit, nachts draußen schon dunkel, Vorhänge zu, alles runter und dann vor dem Bildschirm gesetzt, Gamma ganz hoch gedreht, was natürlich auch nichts gebracht hat, wenn es schwarz war und die Lautsprecher ganz laut, sozusagen mit super Ohren und dann hänge ich dann sozusagen, ich hatte so einen Bildschirm, der war so etwa auf Bauchhöhe, warum weiß ich auch nicht in der Zeit und dann hänge ich dann immer so vor dem Bildschirm und dann versucht sozusagen mit einem Auge irgendwie in dem Schwarz irgendwelche Zeichnungen und Bewegungen zu erkennen, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht und das, was passiert, wenn man die ganze Zeit ins Dunkle starrt und versucht mit dem Hören, man erschreckt sich halt total, wenn irgendwas passiert, so immer so ein Stöhnen, Zombies gab es dann natürlich leider auch nur so, oh Gott und so kam man dann Stück für Stück durch dieses Dunkle, manchmal konnte man dann so Moos auslegen auf dem Boden und dann ist man durch so Holzplanken gelaufen und es war total, also schöne, stimmungsvolle Vertonung, auch ziemlich gute Musik, so, ich weiß nicht, wann das rauskam, 94, 96, also Trip-Hop und der Soundtrack war so, dass der auch halbwegs cool war, man hätte ihn auch im CD-Player ein bisschen laufen lassen können, also nicht so der übliche Game-Film-Kram, sondern es war irgendwie, hat Spaß gemacht und ich glaube, was mich so super an dem Spiel fasziniert hat, war, dass es sowas abgegriffen hat, was ich als Kind total oft erlebt habe, wahrscheinlich hier einige auch, wer kennt das zum Beispiel, Eltern sind aus dem Haus, heimlich Fernsehen. Sitzt man in dem Zimmer, genau, wir hatten damals so eine Schwarz-Weiß-Kiste, wo man quasi den Sender noch selbst suchen musste und da musste man immer hinspringen, um zu wechseln und auszumachen und wir wohnten im ersten Stock, Altbau und dann plötzlich so, man hört so, Tür geht, schnell hingesprungen, stehen geblieben, Stille war notwendig und das Schöne war dann, wenn man lang genug dabei war beim heimlich Fernsehgucken, hat man gemerkt, nicht schnell weglaufen, sondern erstmal hören, ob man quasi den Schritt muten muss, der charakteristisch ist für die Eltern, erkennt und das genau war es halt auch im Spiel, also man konnte ziemlich genau hören, okay, der geht da jetzt lang, die Wachen haben natürlich immer den gleichen Schhythmus, aber okay, man wusste so, okay, scheiße, da ist ein Kachelraum, die sind immer super laut, ah, da gibt es Teppiche, das ist schon mal gut für mich und ah, der geht jetzt in eine Tür, okay, der Sound wurde dann noch lauter, wenn der Raum noch größer war und das heißt, man konnte sich wirklich audiomäßig quasi, man musste sich die Architektur erstmal vorstellen, weil es einem einfach einen Vorteil gebracht hat in der Spielmechanik und quasi einfach wie heimlich Fernsehen, bloß die ganze Zeit. Das Lustige, wo ich natürlich nie drüber nachgedacht habe, war heimlich Fernsehen war natürlich immer ein bisschen blöd, weil die Eltern konnten einfach hinter dem Fernseher fühlen, ob er warm war oder nicht. Ich lag dann in meinem Bett, konnte das Grinsen auch nicht zurückhalten, aber so ist das, wenn man so eine sympathische Beziehung zwischen Eltern und Kind hat, die eigentlich auf Unehrlichkeit basiert. Und ja, also es ging super gut ins Ohr. Irgendjemand hat auch mal über Filme gesagt, dass quasi alles, was man auf dem Audiokanal bekommt, viel stärker in die Fantasie eindringt, weil wir nicht so gewöhnt sind, quasi audiomäßig Sachen zu distanzieren. Also es hat immer einen direkteren Zugang zum Gehirn und ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, weil es echt eines der ersten Spiele war, dass man mit dem Gehör spielen musste. Also, wie soll man sagen, Audio war nicht einfach so irgendwie Atmosphäre und eine kleine Bestätigung, dass man dies oder jenes jetzt erfolgreich erledigt hat, sondern es war einfach ein wichtiges Mittel auch der Orientierung und das war ziemlich cool. Das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist mir aber auch später aufgefallen, so als Kind, zum Beispiel als Achtjähriger, ich habe mich manchmal heimlich zu meinen Eltern ins Schlafzimmer geschlichen und da gab es, wir hatten auch so alt, wie sagt man das, Altbau mit Parkett und da wusste ich immer so, ja, wenn man sich hinter dem Sessel vorbeischleicht, unter dem Tisch durch und dann darf man diese zwei Parkettdinger nicht bringen, weil die knarzen immer total und dann konnte man da um die Ecke und das alles in so einem Halbdunkel, als Kind, weil es war irgendwie die Idee immer, je, wie sagt man, wenn die mich nicht entdecken, sozusagen, wenn ich schon im Schlafzimmer bin, ist es schwieriger, mich abzulehnen. Das war sozusagen die Rationale und so war es halt auch in diesem Spiel. Also die ganze Seite, okay, da der Boden und so und in diesem Sinne kann ich einfach sagen, es war so ein perfektes Spiel in dem Sinne für mich und auch in der Stadt, weil es war wie so ein Traum. Der einzige enttäuschende Punkt war, ich hatte immer gedacht, jetzt kann man über die Dächer laufen und Pustekuchen, die Grafik war so schlecht, dass man halt eigentlich nie über die Dächer laufen konnte, das war ein bisschen enttäuschend, aber der Rest hat einfach super viel Spaß gemacht. Es gab, man konnte den Leuten, also man konnte Gespräche hören, es war eines der ersten Spiele, das so Story und Informationen für das Gameplay in den Gesprächen versteckte, also den Wachen, die konnte man halt zuhören, um die Ecke lauschen und dann wusste man, okay, da ist ein Schlüssel und lauter kleine nette Micro-Stories in den Briefen, die man dann gelesen hat. Also es war so ein Spiel für Creeps, wenn man so möchte. Und ja, hat super viel Spaß gemacht und es quasi mit, also neben anderen Spielen, auf diese Schockgeschichte, dass man in so einem Level drin ist, den Sound wirklich intensiv wahrnimmt, auch Angst bekommt, wenn man sich im Dunkeln irgendwie über den Friedhof schleicht und so. Das intensivste Spiel, was ich in der Art je gespielt habe, lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich so im Dunkeln vor dem Fernseher stand, mit so einer Distanz zwischen meinem Auge und der Marscheibe. Genau, also ein super Spiel, die anderen Teile ging so, aber das spielt ja jetzt sozusagen auch nicht die Rolle, aber insofern kann ich nur empfehlen, quasi eines der ersten Spiele, die Schleichen auf irgendeiner Wahl sexy gemacht haben, zumindest für die Leute, die es ausgehalten haben, dass man, wie gesagt, endlich mal im Herz des Löwen war und dann erst mal fünf Minuten lang still in der Ecke stehen musste, um ein bisschen zu hören. Vielen Dank!